Für unsere Kunden konzipieren wir ganzheitliche Mobilitätskonzepte, die das Pendeln zur Arbeit und Interwerksverkehr beinhalten. So lösen wir nicht nur aktuelle Herausforderungen wie beispielsweise Stau, Parkplatzengpässe und Kosteneinsparungen an Standorten, sondern beschäftigen uns auch mit Zukunftsthemen wie Mobilitätsinnovation und Nachhaltigkeit. Flink ist dabei eine App-basierte Lösung, um Mitarbeiter ohne Umwege in Fahrgemeinschaften zur Arbeit zu bringen. Als Nutzer der App kann ich innerhalb meines Unternehmens Kollegen finden, die zur selben Zeit am selben Ort sein müssen. Am Mercedes-Benz Standort in Sindelfingen nutzen wir seit Anfang 2019 Flink. Im Rahmen des Rollouts hatten wir zusammen mit dem Flink-Team zuerst einige Themenworkshops, zum Beispiel mit dem Fokus Parkplatzmanagement und Marketing. Mit einer mehrtägigen Promotour haben wir dann zu Beginn vor Ort die Mitarbeiter am Standort über Flink informiert und zur Registrierung angeregt. Hier in Sindelfingen stehen unseren Mitarbeitern aktuell mehr als 600 exklusive Parkplätze nur für Flink-Mitfahrgelegenheiten zur Verfügung. Bisher zeigen unsere Zahlen, dass die Auslastung der Parkplätze mit deutlich über 80 Prozent sehr hoch ist und auch die Nutzerzahlen nach wie vor steigen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unseren Mitarbeitern Flink nach der Pilotphase weiterhin zur Verfügung zu stellen. Unseren Kunden ist es wichtig, Mobilitätsinnovation ins Unternehmen zu integrieren. Bei AMG geht es beispielsweise nicht darum, eine Parkplatznot zu lösen, sondern vielmehr eine umweltbewusste Netzwerkkultur zu unterstützen. Zusammen mit unseren Ansprechpartnern vor Ort haben wir uns coole Gamification-Ansätze überlegt, um die Mitarbeiter mit verschiedenen Aktionen zu aktivieren. Die Ideen reichen dabei von einer Gratis-Bratwurst bis hin zu Carpool-Karaoke oder einer Selfie-Challenge. Zusätzlich passen wir die App optisch an das AMG-Design an und werden auch die internen Marketing-Kampagnen daran anlegen. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, über Flink viel über das Nutzungsverhalten zu lernen und so in Zusammenarbeit mit uns ein konkretes Mobilitätskonzept abzuleiten, das mehrere Produkte beinhalten kann. Wir sind dabei Partner für die Integration dieser Komponenten in ein funktionierendes Gesamtsystem, Ein umfassendes Change-Management garantiert dabei, dass alle Stakeholder am Standort entsprechend informiert und befähigt sind. So denken wir gemeinsam Mobilität neu.